Besuch! 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 Für die Prologie? Kommt die Prologie vorbei! Hey, Prologie! Ich bin ein riesen Fan von euch! Hey! Hey! Ist das nicht der Durchgeknallte? Ist das nicht der Durchgeknallte? Ja! So, jetzt aber! Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel von... Du hast weiße Hände! Ja, jetzt bin ich so eine Begrüßung! Nochmal! Ja, ein freundliches Hallo in die Runde zur zweiten Staffel von The Forest! Ich sag mal Prost! Hallo Kater! Hallo Charlie! Moin! Ich geh mal essen! Ja, du gehst essen! Und Kater... Ja, ich steck! Kater macht sich ein Katerfrühstück! Ja, so! Wir sind wieder mal lustig munter abgestürzt in unserer schönen, heilen, naturbelassenen Welt! Würde ich mal fast behaupten! Ist doch schön heilen und naturbelassen, ne? Die Stewardess hier, die war sowieso kommerziell, die wollte nicht mehr! Kommerzielle Stewardess, kann ich... Stewardess? Die mussten wir... mussten wir entfernen! Die mussten wir entfernen! Au! Die mussten wir aus dem Spiel entfernen werden! Ey, pass auf wo du hin haust! Was? Ich hab schon den ersten Schaden, wird er! Ich sag dir, musst du dich fernhalten von deinem Kollegen! Ähm... Es geht dir ums Überleben, ey! Wir müssen alle überleben! Florian, siehst du die Stewardess da bei dir? Ich hab sie gesehen eben gerade, ja! Echt? Bei mir liegt ja nix! Doch, bei mir liegt sie da! Nix da ja bei mir oder sie entfernt! Befolgt da wieder ein Spike... Äh, befolgt dann wieder irgendwie von wegen, ne? Hier, hier... Copyright, ne? Stimmt, ey! Lieber nicht sehen! Ja, wer weiß, was da auf der Uniform draufsteht! Ha, 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 ha! Luftpiep! Ha, ha, ha! Und dann, dann... Statt dich original bei Lufthansa oder sowas? Ja, das war original, aber früher war es das Lufthansa-Logo! Ja! Das kenn ich doch, haha! Ich auch noch! Haha, ich war einer der ersten! Nein, nicht ganz der ersten, aber einer der ersten! Doch, doch, ich hab das... Die, 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 die ersten Folgen von, von Mr. G! Ja! Ha, ha, ha! Mr. G today! Yeah! To the H! Und... Da war es dann passiert! Da dachte ich mir, alles klar! Zack! Boom! Jetzt musst du es kaufen, ne? Ja! Das ging nicht anders! Nee, ich konnte es dann auch nicht vermeiden! Bälle! Tennisbälle! Ja, und schon mal meine Frau, die sagte dann, ey, das muss doch, guck mal hier! Und, äh... Ja! Und jetzt hat sie keinen Mann mehr! Äh... Ne, ich hab keine Frau... Doch! Ich hab eine Frau, die spielt voraus! Okay! Und hast du mal in meinem Steam-Account geguckt, wie viele Stunden das sind? Ne! Wie viele sind das? Hm... Ich würde ja... Soll ich jetzt mal... Ich mach mal... Ich guck mal... Du kannst ja gucken! Ich darf nur nicht gucken! Ähm... Ich glaub, bei mir sind es irgendwie 95 oder so... Oder wie mal... Das nehmen wir mal weg... Wo guck ich... Ach nee, ich muss ja generell ganz raus tippen! Dann machen wir das doch gleich mal! Ja... So... Ähm... Steam... Geh mal auf... Äh... Spiele... Spielebibliothek anzeigen... Fertig! The Forest! The Forest! The Forest! 681 Stunden! Boah! Alter Schwede, ey! Die mag das Spiel! Ja... Nicht schlecht, ey! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Soll! Aaaaaaaaah! Damit ist dann die Aufnahme schon wieder futsch! He... Meiner Aufnahme ist ja noch da! horrible! Aaaaah! Ich hasse es! Aber Du kannst ja... Du kannst ja... Zusammenschneiden und so... Ja... Das ist ja geil, nicht? Wissen Sie was das richtig ärgerliche ist? Na? Ich habe ja gestern den halben... Nee, nicht den halben Tag... noch... einen ganzen Abend... Und heute noch zwei, drei Stunden an dem einen Video geschnitten. Counter-Strike-Dingster-Video. Examen mit Musik und dann mit einblenden Titel einblende. Und hast du nicht gesehen? Das werde ich mich hochladen. Nicht so. Aber dein Mikrofon nicht. Nee, doch. Doch. Ich mache nichts mehr mit Musik. Nee. Auf keinen Fall. Ist jetzt so risikobar für dich. Ich packe mal in dem Faulest-Video einen Link zu deinem Kanal mit rein. Ja, eine Forest-Folge habe ich ja schon. Ach ja, finale Staffel 1 war es nicht. Nee, was hatten wir? Das war immer noch in der ersten Staffel, ne? Nee, von der letzten, die wir aufgenommen hatten. Da hatten wir schon 2.0. Das ist ja hier quasi 2.1. Das stimmt. Bleibt Charlie. Stimmt, Charlie muss Bäume fällen, ne? Äh, immer noch habe ich 74 Blätter schon. Ach Gott, der Charakter ist schon am Ende hier. Ach komm her. Lauf was. Oh, ich kann später keinen Lizards mehr tragen. Mist. Aber das ist wie die andere Stelle, wo die ganzen Lizards irgendwie rumlaufen. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Im Süden, ja. Ja, da ist er. Da ist er bloß noch Meter von der Insel. Da ist er noch gerade wieder. Kommt er hier in einen Channel rein oder kommt er hier nicht rein? Muss er eigentlich können. User joined your Channel. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück im Wald. Danke. Nein, noch nicht gern. Willkommen, wie lange? Bis mein Aufnahmeprogramm sich wieder verabschiedet, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich mal das Aufnahmeprogramm wechseln oder so. Wir haben mal eine Option. Jetzt spielt ja keine Ausdauer mehr. Das gibt es doch nicht. Ich baue mal ein Lagerfeuer hier für uns. So, der Kanal heißt No Copyright Sounds. Ja, dann. So, los, 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 los. Äh. Hops. Noch mehr Bäume. Ist dir der Baumstamm weggerollt? Showcasing the best free music science 2011. Die Audiospur versteht, weil du vielleicht langsamer aufnimmst. Aha. Ach, du meinst, dass wenn dann die, wenn dann die, 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 die... die fps durch warum auch immer sinken bleibt die audiospur aber auf 60 fps ja ja dann lass ich da lieber normalerweise kannst du ja das ist ein aufnahmeprogramm das nicht richtig verarbeitet naja ist fraps keine weiteren fragen ja wobei ich musste jetzt ich musste meins jetzt eben also ich habe jetzt mein aufnahmeprogramm auch gerade mal umgeswitcht weil er irgendwie bei the forest zicken gemacht bei der aufnahme und immer nach irgendwie zwei bis vier minuten meint er müsse aufhören aufzunehmen und da habe ich gesagt nö der katerkleid auf den baum rauf ok so ich sag da jetzt noch mal hallo weil gerade wieder abgeschmiert ja und du kommst schon wieder im spiel ich bin schon wieder im spiel ja wieso sehe ich deinen namen nicht ach da bist du jetzt nicht ok ich wollte gerade sagen bin ich jetzt hier alleine irgendwo im nirvana vielleicht bist du auf einen ganz anderen server gejoint nee weil ich bin hier über ich bin hier über über deinen 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 ding star ja ja genau aber kater hattest du seile gefunden eben gerade ja ist schön beseilt sehr schön da können wir gleich schon mal speichern damit wir wenigstens was haben so ob das gut geht das wird schon gut gehen ich werde schon nicht durch die welt durchfallen ja aber das schmiert ja wieder weit ab nein 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 ich singe nur ich bin jetzt nicht beim letzten mal wo du gesungen hast abgeschmiert echt ja jetzt ist es nicht abgeschmiert als ich gesungen habe ok gut dann sing weiter ich glaube das möchte aber keiner hören ach na klar nein 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 das sind da kommt hier die sitten polizei das wird neuer schöne prank video so cool naja danke sorry merken wir alles ein kannst du mir gleich wieder holz hacken hier ich baue schon wieder die ball auf ich bin schon auf dem weg ich bin auf dem weg ich komme hack 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 sehr gut sehr gut ich baue schon mal wieder den ball hier auf ach das nicht zu groß nee nee das können wir ja später immer mal noch ein bisserl erweitern ich streng mich an son mhm 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 mmhm mhm wird ihr auch minecraft ja das sind wir zu viele klötzchen die grafik ist einfach zu pixel ich finde ich kann da muss man fans sein ja nein 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 es ist ja ein weit verbreiteter Fieber und ich steh weg, das klappt doch eher noch. Meine Wände schweben schon wieder. Na ja, jetzt gehts. Bob der Meister. Oh hier ist noch ein Baumschirm. So, hier nochmal, mach das nochmal rein da rein. So, nochmal eine Wand. So, ich mach die jetzt extra hier klein, ne? Damit wir nur einen Zufluchtsort haben. Für kalte Nächte. Yeah! Vögel-Ecke. Sag mal, hängt es wieder hier? Warum fällt der Baum nicht? Weiß ich nicht. Hast du nicht richtig umgehackt? Kann den Baum nicht umfallen. Nein, der hackt gar nicht. Okay. An dem gehts wieder. Geht manchmal nicht jeder Baum. Das ist komisch. Nee, manchmal... Ich glaube... Ah, das ist doch wahrscheinlich noch ein Bug. Manchmal gibt es auch Bäume, die stehen einfach da. Dann kannst du nicht... Ich hab mal gedacht, nicht da noch, weil die schon einer gefällt hat. Nachdem ich dann wieder Rejoint bin. Aber... Anscheinend ist dem nicht zwangsweise so. So. Soll ich mal einen Schlitten bauen? Was sagst du? Soll ich mal wieder einen Schlitten bauen? Mhhh... Nee. Besser nicht, ne? Nee. Nee. Das... Nee. Es gibt nur wieder Ärger, ja. Es gibt nur wieder Ärger mit der Schlittenmafia. Dann lassen die uns wieder unter der Erde verschwinden. Mal einen Schlitten-Strike. Auch ne geile Idee, ne? So. Der erste Teil der Wand ist fertig. Juhu! Äh, ja. Die erste Wand ist fertig, so rum. So. So. So ein Teleporter-Schlitten wäre ja echt toll. Teleporter-Schlitten? Ja. Ja. Wäre für Kater ganz angenehm, ne? Ja. 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 Stimmt dann. Wenn die Kater einfach nur rausnehmen, bauen, rausnehmen, bauen, rausnehmen, bauen. Aber wir machen das jetzt einfach, wir, 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 äh... Ja, Kater ist jetzt unser Schlitten. Ja. Ja, weißt du? Du bist Schlitten. Du bist Schlitten. Kater mal hier diese Aktion, du bist Deutschland. Ja, Kater, du bist Schlitten. Aha. Du bist das Wunder von Schlitten. Hahaha. Eieieie. Ja. A sunrise here will dance and the jig. So raise up your point of rum. Lursch! Was? Lursch gekillt. Was? Lursch gekillt. Lursch gekillt? Lursch. Achso, Lursch. Die Jugendlichen sagen mit heute immer, du bist ein Lauch. Upsa. Ne, wobei das war... Ist schon ein paar Jahre her. Schön Lauchziegel. Mmm, Miam, Miam. Miam, Miam. Miam, Miam. Jetzt hab ich wieder Hunger. Sehe nichts mehr. Du siehst nichts mehr. Boris dann einfach da unten in die Kommentare rein. Da freuen wir uns drüber. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay. F manifested hier. игрos